so hallo freunde herzlich willkommen bei einer neuen folge minecraft die burg so ich habe jetzt hier schon mal aufgefüllt habe hier schon erde drauf gemacht habe ich auch schon einen baum gepflanzt das problem das ich jetzt im moment habe ist es dauert so ewig deshalb werden wir uns nach unten begeben in den schacht den wir vor ein paar folgen zehn oder zwanzig mal angelegt haben und wird dort eben anfangen mal ein bisschen zu meinen dass man ein bisschen redstone kriegen oder alles mögliche was wir halt brauchen um hier bessere werkzeuge noch zu bekommen ja schweinchen ist gut so ist der plan dann mache ich das mal gerade im moment haben wir noch irgendwas fettiges zu futtern iridium schad das wird da nicht rein dann mache ich hier einfach mal noch eine holzkiste das braucht man alles rein was ich hier stimmt die die zäune wollte ich noch benutzen moment die werde ich noch kurz verbauen ich will mal gucken wie der dann aussieht und ihr könnt mir gerne sagen ob das ob ihr das gut findet oder nicht einfach mal in die kommentare ballen ich schaue mir das ganze ganze jetzt mal an wenn es gut aussieht dann also von der entfernung her sieht es gut aus bin ich wirklich der der festen überzeugung und auch wenn man ein bisschen näher ran geht finde ich nicht so schlecht schreibt mir gerne meine kommentare ob ihr das so haben wollt oder ohne ich finde es mit schöner und schnell schlafen bei schlafen müssen wir eigentlich nicht wir können einfach nach unten gehen so alter zwei endermans die muss ich mir holen da kam leider nichts raus oh So, lass mal gucken. Ich weiß gar nicht mehr, wo wirklich der Zugang war. Ich glaube, irgendwo hier unten. Da ist sogar eine Fischerhüte. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Ich meine, da unten war das alle. Ne, hier war das nicht. Hä? Wo war denn das? Wo habe ich denn den Schacht gegraben? Da ist auf jeden Fall auch ein Zugang. Oh, ich habe keine Fackeln. Ey, das ist wieder typisch. Oh. 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 Okay, wenigstens habe ich Holz und so Zeug mitgenommen. Das heißt, wir können uns schon Werkzeug machen. Also die nächsten Folgen werden mal ein bisschen Farming. Oh, 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 oh. Okay. Das hört sich nach Mini-Zombie an. Ich will nicht sterben. Alter. Verpisst euch doch einfach alle von mir. Ich bin nämlich, glaube ich, an der Stelle auf der anderen Seite runtergekommen. Nicht, dass hier Überraschungen auf mich zukommen. So, Eisen und Kupfer können wir hier ordentlich abgreifen. Aber ich muss eigentlich deutlich tiefer gehen. Das werde ich auch gleich machen. Ich will nur hier alles kriegen, was es gibt. Moment. Was ist das da oben? Aluminium. Gibt es hier nicht mehr so viel wie früher, deshalb nehme ich das auch mit. Da hinten. Da hinten. Und warte, da ist nochmal was. Und da hinten war auch noch hier noch mehr. Ich meine zumindest, dass es das ist, wo ich schon mal war. Und da hinten war auch noch. No risk, no fun, gell? Zinn, das ist auch gut. Haben wir noch nicht so viel gefunden. Glaube ich. Ein bisschen Kohle scheitert nicht für nur ein paar mehr Fackeln. Und dann muss ich mal gucken, dass ich runter zu der Mini komme. Ja, toll. Wie konntest du mich riechen, Alter? Noch einer. Oh, du meinst. Ich will doch nur kurz ein paar Fackeln machen. Oh, ja klar. Ja, klar. Wenn das Skelet jetzt da oben runterfällt, dann habe ich die Arschkarte. Das ist nochmal so eine Höhle. Aber das ist auch nicht die, bei der ich schon mal war. Oh, ja klar. Ja. 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 Da oben geht es raus, ich würde gerne wissen, wo wir da rauskommen. Ich schwitze hier zu Tode am Aufnahmetag. Ich schwitze hier zu Tode am Aufnahmetag. So, ich leuchte hier jetzt einfach mal aus. Weil es bringt nichts, wenn ich jetzt nach diesem Weg suche. So, ich leuchte hier. 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 So, ich leuchte hier.